Servus. Willkommen bei der Muttersenrunde. Die Forrest. Hier geht man während die Hülle hinein. Und jetzt trinkt man was. Ein kleiner Snack. Und dann geht's los. Und dann geht's los und andere. Aber gehen die Gegner. Zieg. 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 So, die müssen wir jetzt wegmachen, überlegen, die halten gut erstmal. Dann nehmen wir den Bogen, die Händen, und dann nehmen wir den Bogen, die Händen. Es war ein paar Dimensionen. Und dann würde ich sagen... So, ich würde sagen, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen, wir machen hier. Soll ich da hin. Wir haben hier noch einen Zombie-Modern. Ich mag mir die Mutanten gut durch. Ich habe mich gemüt, dass ich verdammt bin. Ich habe mich gemüt. Jetzt können wir uns überlegen, nehmen wir den Bogen oder nehmen wir das andere Götz. Ich habe mich gemüt. 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 Das war's für heute. 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 Ich glaube, wir müssen mal ein kleines Präsenz runterzücken. Das war's für heute. 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 Wie? 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 Es ist ein Blöden, das ist ein Blöden, okay? Right. Das war's. Das war's. Wenn ihr da sitzt, auf 2x3, würde ich jetzt dann mit euch noch was bauen. Das wird dann alles weiter sein. Und dann gehen wir von hier aus in neue Wunderschaden. Ich habe hier eine neue Folge. Natürlich muss ich da jetzt eine Rostschule machen. Das ist halt auch nicht den ganzen Schmus normal machen muss. Wenn wir draußen speisern. Es war cool, dass ihr dabei gewesen seid. Andere darf man als ein anderes Beweis ist. Aber ich bin ja nicht jeder. Ich leg's dir nur drast. Da absicheln muss. Und danke. Auf Wiederschüss. Bleibt gewinn. Bleibt alles auf. So. 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 So.